Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Experimental Version. Die letzte, die am Freitag bzw. Samstag rausgegangen ist. Es gibt einige Probleme und hier kommt jetzt ein bisschen Action zu den vielen Problemen, die es in einem anderen Video von mir schon zu sehen gibt. Ich habe keine Mikrofonaufnahme während der ganzen Aktion, darum lasse ich einfach die Bilder sprechen. Es ist trotzdem sehr unterhaltsam. Viel Spaß! Es ist trotzdem sehr unterhaltsam. Das Fatale leider ist, Chris möchte mir wirklich helfen, aber seine Waffe ist schon wieder verschwunden. Er läuft jetzt ohne Waffe und versucht ihn aus seinem Versteck zu locken. Er läuft also sozusagen als Bait. Er läuft schon wieder. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.